So, hallo Leil, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Ausgabe Forza Horizon 5. Ich bin der Fanggemer mit, dabei ist der liebe Ending. Sech. Sech. So. Musik hat er uns auch wieder mitgebracht. Wo sind wir da nochmal stehen bleiben, hast du gesagt? Bei Unendlich von Boza. Wie ist denn du? Da. Unendlich von Boza. Unendlich von Boza. Jetzt nachhaut's bei Dessin. Ah, da, Boza. Ich hopp's. Na dann, kannst du ansagen. Ich starte eh schon mal, weil ich bin hinterher. Drei, zwei, eins, los. Also, alle Goldenen sind einzeln zu spielen. Da haben wir Radar. Was haben wir da? Der Fangschild, da haben wir. Das war nicht so gut, aber du bist eh auch da. Okay. Ganz links hätten wir eins. Ja, okay, warte mal. Ganz links. Ja, aber das fehlt so. Ach, dann haben wir da noch alles. Damit es das Kostera querfeldeinschränke. Da habe ich auch ein Fragezeichen von der Scheune. Warte mal, habe ich das schon gemacht? Nein. Wenn ich es schon sehe, dann habe ich es schon gemacht. Ja, gut. Schnell wieder nicht fahren, aber ich komme mal mit dem Wagen. In 200 Metern. Was geht denn? Werfeldein, Alter. Werfeldein, Alter. Vor allem Bronco, Alter. Sammeln. Bei nächster Gelegenheit, wenden. Ich glaube, ich kann nur für den Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich kann nur für den Aufmerksamkeit. Ich fahre viel zu schnell auf den Highway, fahre die Zeitlufthörer. Leute, wir fahre den Berg an 20er auf, Leute. Wo warst du denn auf? Das ist falsch. Habe ich mal gewonnen. Wir haben dann schon was gefunden. Wir lassen uns wegkommen. Leute, ich wutsch jetzt zurück. Ist das geil? In 400 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Bei nächster Gelegenheit wenden. Manche Autos sind einfach nur da, dass sie da sind, Leute. In 400 Metern scharf rechts abbiegen. Außer Cruise. Die Autos sind einfach nur da. Ich hoffe, wir müssen den schnellsten aufmachen. In 400 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Oh. Oh. aber jetzt Die Typen mag ich auch, der ist ja nicht Er macht gute Musik Der winzi Der winzi, genau Das Video ist auch cool Welches Fahrzeugfahrt da wohl? Aber bei dem Bronco fahren wir immer wieder auf Bronco Statistik nochmal checken 21 zu 12 zu 6 vom Traktor ins Rehnauto Ja, schön, dass du nicht, dass du da unten bist Oder? Hast du das Foto, oder? Nein Das ist eine Lüge Entschuldigung Warte, was ist das für eine alte Erlaussiedlung? Das hat jetzt nicht geschaut Nein, also das ist ein Auto, den ich da nicht überhaupt nehmen Nicht so viele Degänger Nicht so viele Degänger Oh, jetzt muss ich mal verschießen Ich muss mal jetzt jumpsen und muss jump in die Gebäude Alter, lass es dir weg Ich bin das Auto und dann ist er hinter mir, oder? Ja, ich weiss Ich bin tatsächlich noch in die KG-Kluter Du bist auf den Boah, da ist schon wieder diese Scheißspinung Husten Du bist wissen Sie 都 hast es Und wir schauen was ist das? all die ja leute zeige ich dir nicht schon eine gute Hausdruck vielleicht sogar mehr Alter was ist da jetzt passiert? das haben die gemacht das sind aber ehrlich ehrlich knappe zusammen der redet ich ja, wir haben jetzt da 5 Worte drüber holen, aber in einer Kurve, weil die Samen von sind. Das war's aber jetzt wieder. Ich kann mit dem Scheiß-Auto haben, wenn ich das... Kannst du doch keine Autos nehmen. Glaube ich nicht, nachdem alle den Bronco fahren, möchte ich nicht unbedingt noch einen schlechteren fahren. Ich kann mit dem Bronco nicht umgehen. Ich kann normalerweise schauen. Das sehe ich. Normalerweise. Also da möchte ich jetzt auch nicht sagen, wie viel Rennen du mit dem gewonnen hast. Was, du siehst das wirklich noch? Nein, aber das würde ich gerne haben, weil ich kann mich nicht erinnern, dass wir mit dem jemals gut gefasst haben. Oder nein, Blinze, das war ein anderes. Das war schon ein Bronco, aber nicht der. Ja. Das war der ganz normale Bronco. Genau. Vielleicht kann man den ja eh auch auswählen. Ich hab mir jetzt nicht geschaut, ehrlich gesagt. Ich kann das sehen. Ich kann einfach nur mit dem Audi A1 da mal fahren, Alter. Ich schau jetzt Ardiella. Nimm's, Alter. Boah, da. Boah, da. Boah, da. Boah, da. Boah, da. Schon wieder. Wo ist wieder fahren? Na, vielleicht müssen wir's trotzdem noch beim fahren. Wir können bis jetzt in jeder Runde verspannen, die hier oben vorbeikommen. Wo war er da? Wir gucken da vorne ran, oder? Was machen wir jetzt? Nein! Fuck it! Wir sind weit los. Huch! Wir sind abgefahren, die drei! Warte, wo ist das Ziel? Wo der Stad ist. Beiler. Das war knapp. Das war noch knapp. Wir haben wieder alle hinteren anderen angefangen. Das hätte ich nicht gedacht. Aber das war wirklich ein knappes Rennen. Wir sind niemals zusammengefahren bei den Sprünge. Oder gegen lauter Noobs gespielt Level 7. Achso. Okay. Nicht nur. Ups. 116. 116 habe ich jetzt gar nicht gesehen. 125 hat es aufgegeben. 116 habe ich gar nicht gesehen. Easy, Alter. Wir waren jetzt immer den. Alter, wieso hat er mir jetzt nicht weitergemacht? Alter, er hat mir einfach ein anderes Vincent Weiß Lied gespielt. Wo bist du jetzt gerade? Es waren jetzt zwei. Jetzt bin ich bei Lea. Ah! Okay. Okay. Lost. Laber, der kritisiert auch schon meine Playlist. Nein, nein. Ich dachte nur. Ja, 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 ja. Nur weil ich was vergessen habe anscheinend. Das sind zwei. Nein. Mich hat irritiert, weil zwei hintereinander waren, weißt? Es ist auch zu spät, aber aufgefallen dann. Okay. Wohin jetzt? Alles klar. Fahren wir daher und dann rüber nach Dunningplanca. Das ist ein Blitzer jetzt da. Okay, Blitzer. Das ist ein schönes Auto. Und dann fahren wir rüber... Und dann rennen. Ich will jetzt rein. Oh, eine Autopuna, genau. Okay, Auto wechseln. Tun, halt nicht tun. Tun, halt nicht tun. Bei nächster Gelegenheit, Ende. Ich hab gar nicht gemerkt, es ist dauernd ein bisschen spitzert. Den mach ich auch noch mal. Was? 73 kmh mehr, Alter. Ist zu pfeffert. Ich glaub ich, wenn man da jetzt macht. Ah, es ist 3 Sterne. Richtig, ich hab alles gewonnen. Boah, Scherz, Banner. In 200 Metern, scharf rechts abbiegen. Scharf rechts abbiegen. Oh, irgendwie zugegeben, oder? Bei nächster Gelegenheit, wenden. Durchsicht. Oha. Die ist schon weiter gefahren, oder? 39 kmh. Ah so, du bist noch weiter hinten, okay? Ja. Na, ich fahr jetzt weiter. Das war nur Interesse. Bitte? Das war nur Interesse. Das wenn ich jetzt gleich gesehen hab, was mir gegenkommt. So, dann hab ich noch was gesehen, jetzt. Du hast einen Tempfen, oder? Ach so Blödsinn, das war ja nicht der Blitzer, ja. Ja hin und weiter, den habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Okay, ich hoffe nicht. Bei nächster Gelegenheit, wenden. Oh, nein. 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 Servus? 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 Bei nächster Gelegenheit, wenden. Oh, ja. Oh, nein. Oh, nein. Das wollte ich jetzt unbedingt mal machen. Oh, nein. Was machst du? Jetzt warst du? Naja, ich wollte einfach mal so einfach sagen. Das war Spaß gezogen. Fangen wir mal so. Oh, nein. Unmöglich, ey. So. Wasch ist beide also. Aber recht, ja. Da gibt es sicher mehr. Ja. 9,18. 9,18. Ah, bei 9,18. Der biegt auch aufs Straßenkurve, oder? Kurven, ganz starke Kurven. Oh, schau mal. Da war der BZ. Jetzt. Scheiße, ich fahr vorbei. Oh, schau mal. Oh, nein. Ich fahr nicht so schnell, aber der BZ ist gar nicht so schnell. Ja, weiß nicht. Ja, schau mal. So, und gut, es wird sackt. Unten, äh. Oh, das ist denn da. Ich warte. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. In 400 Metern links ab... Stürz vor, mit klarer Norske-Sacke. Hoppala. Bitte? Mit klarer Norske-Sacke, stürz. Mhm. Ich glaube, der schaut geil aus, Alter. Bei nächster Gelegenheit, enden. Bei nächster Gelegenheit, enden. Bei nächster Gelegenheit, enden. Xbox-Dinges habe ich mir draufgegeben mit so... Dears und... ...Age-Sacke. Muss ich ja mal schauen dann, wie viel der kostet, Alter. Kann auch. Der Spider. Kann auch. Warte mal. Warte mal, ich kann mal schauen, was für Bäusche ich habe. Guck mal, das kann ich. Bitte? Eigentlich habe ich irgendwann plötzlich gemacht. Wieso? Ja. Meiner Tanzzug, oder wie geil ist das? Ja, die Musik, erfüll das. Bah! Ah. Hey, bim. 2014er habe ich. Ja. Ja. Ja, nur ein Azehn. Aber 2014 der Beuer, ja. Es ist bald nur ein Azehn, aber 2014 der Beuer, ja. Weiter. Soll ich dir was sagen? Bei nächster Gelegenheit, wende. Schau mal. Jetzt bist du unsichtbar. Servas. Servas. Schau mal, auch Xbox. Ja, habe ich zinkt. Aber zufällig. Bei nächster Gelegenheit. Deiner Tat viel mehr davon. Ich habe ihn noch nicht aufgeben genüßt. Ja, Mann, voll gerade aufgeben, oder? Boah. 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 Und wenn wir da alle Rennen gemacht haben, was ist dann, wären wir auch noch... Sind das Events nichts eigentlich? Ich hab nichts der Gelegenheit. Oder du hast diese... Horizon und so weiter. Hauptpersonen, aber glaube ich auch noch nicht weiter. Wow. Ich will auch noch genug. Bitte? Jetzt will ich auch noch genug. Oh, ich meine, das ist bald aus. Nein, ich sag Hälfte oder so, weil wir es schon haben jetzt, aber... Ah, Hälfte, also... Weil so Rennen und so haben wir nicht wirklich viele noch da. Nein, Rennen haben wir jetzt nicht so viele. Hauptmissionen haben wir noch. Dann die ganzen Story-Missionen. Die ganzen Radar und Pizza und... ... ... ... ... ... ... ... ... ... na gut ich vertraute ich nicht auf das war auf das auf das wagen auf das wagen weiter auf den wagen also ich bin gespannt was du über meine charts sagst quasi muss ich hin links habe ich schon fast alle gesammelt also youtube links ausgesucht und da sind ja auch wieder an den städten borsche schauen wir mal der ist ehrlich recht gut auf der straße klingt normal ein paar mal ist er vertreten wala 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 konzept ein einziger mit dem so ein zufall oder dass wir genau wo ich schön bin xbox zeichnet habe anderen habe ich nicht gehabt so so Ich glaube, du hast diesen Walala genommen. Ja, den habe ich gar nicht, glaube ich. Bei dem ist das einzige Auto, was vorgeschlagen war. Deswegen habe ich gedacht, das ist nicht mehr von dir. Walala, Bruder habe ich gehabt. Ist der Porsche? Ja, so ist er ganz gut. Der liegt gut auf der Straße. Wie gesagt, plus stärkere Kurven sind nicht kurisch. Genau, stärkere Kurven ist auch. Ciao. Der hat auch Kurvenprobleme. Der hat die Sprüvensteuerung. Aber Kurven ist noch gar nicht so. Ja. Ich glaube, ich habe das auch in Porsche. Ich glaube, das fahren wir noch ein. Dann bin ich dann auch da in Porsche. Muss ich schauen, dass ich dann auch genau... So habe ich nichts gehabt. Schneller ist das BB oder so habe ich gehabt. Aber ich... Nichts schnelleres? Nein. Das ist das schnellste. Was ist das schnellste? Echt? Also, was er mir vorgeschlagen hat. Ach so. Was ist denn hier? Die Kurven sind gut. Mit meinem Porsche hätte ich das cold. Mit was? Mit meinem Porsche hätte ich das cold. Lass sie rein, lass sie rein, rein, rein. Anna. Anna. Lass mich rein. Anna. Lass mich rein, lass mich raus. Anna. Oh nein. Oh, da sind wir gar nicht so weit weg. Bei nächster Gelegenheit, Ende. Auch was? Neu berechnet. Du wirst. Neu berechnet. So rechts. Oh! sagen was ich habe ich habe ein... Nein, passt schon, ich muss. Foxhole, ich habe ein... Aber du hast gesagt, dass das ist der Schnellste gewesen. Nein, nein. Aber warte mal, Viper habe ich da auch noch. Nimm dir was gedickt. Für mich war ja... Ich dachte eben, dass ich Valhalla genommen habe, weil das nur ein anderes Auto als Voranstalt war. Nein. Deswegen habe ich... Kacke ich... Sie sind doch nicht in dein Auto genommen, was du genommen hast. Kacke ich damit ab, kacke ich damit ab. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie der Porsche so normal ist ohne A5. Langsamer. Ja, das ist auf jeden Fall. Hast du einen? Ja, das ist ja klar. Für uns wäre ich ja mit meinem Gefahren, wenn er... genau so wäre. Muss sagen wir, mit meinem hätte ich gewonnen. Huh. Das ist jetzt eine Schwereinscheidung. Dann möchte ich das eigentlich wirklich probieren. Was denn? Schauen wir mal. Ich muss die Maskelkreis so für sich sprechen. Maskelkreis. So. So. Die neuen Siege aber noch nicht notiert. 22 hast du jetzt. Ja, und den Faber auch, oder? Ich bin der einzige wir feier boah war mit feier konnte ich nicht umgehen aber ich glaube ich auch ein war das schon mal rum dass er es sagt der zieht beim starten hat er zu überzogen das ist so schlimm nein das ist sogar ganz gut er hat eine beschleunigung bis zu kreppet oder vielleicht geradeaus ein anderes maß ich glaube oder ein anderer Ponto das war jetzt ein Fehler das war jetzt zu viel risiko da bin ich jetzt an die Grenzen gegangen da bin ich jetzt an die Grenzen gegangen das war jetzt so dumm für mich ja gut fahren wir es halt erst mal mit einem anderen Auto nochmal ich bin so weit gefahren ich wollte versuchen später zu brennen aber das geht auch nicht das war schon ein bisschen so bremsig deswegen habe ich diese Beschleunigung wirklich ich bremse in dem Porsche auch sogar wenn das eine leichte Kurve geht ich bin mit Gase gewohnt also mir fehlt so ein bisschen an der Statistik so an der Durchschnittsgeschwindigkeit in dem Brennen wenn wir sie gefahren werden der erste 120 ist es schwer und dann geht es rauf aber nicht zu langsam den anderen ich will ihn fassen mit Hammer-Zenab ich muss ihn auch auf Thun kommen dann geht er eh rauf aber da ist irgendwie gefühlsmäßig zu langsam gegenüber den anderen so zu Da gehen sie eh rauf auf den 200, sonst müssen sie wieder abfließen. Das ganze ist ja okay. Oh, der ist noch nicht an. Ja. Ein dummer Fehler. 230. Ich bin später. Na gut, ich komm nicht. Ich bin aber gleich voll glücklich. ich hasse dass wenn du einen wheelspin kriegst er geht zwischen zwei und er geht bei nächster gelegenheit da war jetzt ein ball in der luft da war ein ball in der luft und er bleibt genau zwischen zwei autostätten rechts abbiegen ich glaube leider ich bin so schön ich bin gleich da weil man niedermäßig also baby wo bist du ja okay da bin ich ja ich bin so schützt so wenn es entspürt bald ab wann hast du es gerade top 50 lambo habe ich heute in den kann ich nicht steuern ich empfohlen ist auto kaufen akura weißt du was den spaß mache ich mal das nächste lied ist ein bisschen eine enttäuschung inwiefern es ist ein gutes lied aber ich mag beide so sehr und da habe ich mir mehr erwartet das ist ein besseres ohrwurm für mich oder ein besserer zweck wird da weißt du die harmonie nicht so nein überhaupt nicht also finde ich ich beide sehr mag ich finde sein part ist ganz gut aber ihr part passt dann irgendwie nicht ganz rein ich glaube so wenn du mich siehst aber wieder auf kamera gut dann machen wir dich wenn du mich siehst ich vertraue ich vertraue doch was ich mir falsch lange sind voll in das auto schauen wir mal ist das eine valhalla mhm mhm so sind doch jetzt ach so sind gerade gekauft mhm ja cool du musst aufpassen auch für 1,150 mhm kürgen musst aufpassen ok ja bricht er leichter aus der krill krill Ah, passt doch nicht dran. So, ist ganz gut. Entschuldigung. Also, der pickt dann... Scheiße! So, jetzt war das meine Schuld, aber der pickt gut auf der Straße. Ja, pickt gut, aber so ganz harte Kurven sind dann... Das unterschätzen wir dann leicht. Ah, das ärgert mich jetzt. Jetzt bin ich vorbeigefacht. Aber so... Sagst du zum Lied? Äh... Es plätschert so dahin irgendwie. Scheiße. Das war's. Es hat nichts Außergewöhnliches. Genau. Mit dem Text her super, aber irgendwie... Nichts. Fuck. So verblämmst. Naja, alle Gugnecke sind hier. Ich hab' ich wieder vom Ende verpackt, oder? Jetzt bleibe ich immer dann im selben Auto. Ich auch. So ist er gut. Ich hab' mir einen Fehler gemacht. Dass ich vorbeigekommen bin beim Checkpoint. Und dann bin ich nicht mehr reingekommen. Und dann bin ich nicht mehr reingekommen. Die Katja, krasser Ficke. Ich hab' mir jetzt zum Flug gesagt, einer. Ich hab' dir vorbeigekommen. Ich hab' mir vorbeigekommen. Ich hab' mir vorbeigekommen. Ich hab' mir vorbeigekommen. Und dann sagt einer. Gib dir 4000 Euro. Für diesen T aus. Für diesen Dört. Vielleicht kommst du dann in die Zeitung. Und dann... Dann muss ich treffen. Für was für einen Dört? Dört. Der ist ja von hier. Jetzt spielt er eh wieder ein. Dört. Das ist die Fins. Jetzt. Servus Flo. Dein Sitz, oder? Bin er? Wirklich jetzt? Ja. Er hat mir geschrieben. Riech ich jetzt? Katja? Ja. Hahaha. Smell that bitch. Und was ich dich heute ignoriere heute wirklich sorry. Aber ich sehe dich heute nur am Computer erstmal weiter weg. Weil ich ja glaub die Katja am Handy hab. Lala, Manns. Da ist mein Treibung inzwischen. Aber das ist auch ein Begriff mit Arme gezogen an der Bremse. Das Lied, finde ich. Das ist ne Intro. Da geht's um den Text. Das ist das Intro? Das ist das Intro, ja. Ich weiß nicht. Das ist das Intro. Ja, das seh ich nicht. Ich seh nur gerade der Grasowitze unter dem I. Nein. Alter, das sind so viele Steine. Alter. Wie kann ich mich selber zurücksetzen? Na leia. Die wollen wir jetzt auch nicht. Was war denn jetzt? Der Wartwind. Wenn du da bist. Oh, der. Okay. Wenn du da bist. Wartest. Wartest. Was? Gescheißen, Alter. Was? Ich komme da nicht weg. Bist du denn? Ich seh dich ja nicht einmal. Mann. Wo bist du denn? Nein, jetzt habe ich gesagt abbrechen. Nein. Jetzt bin ich wieder da am Stein. Gescheißen. Ich seh dich ja nicht, wo du bist. Ah, da vorne. Ich komme da runter. Ja. Ich komme da runter. Ich komme da runter. Bei nächster Gelegenheit. Wende. El Hemi Superrestop es da listo. Das heißt, der Dodge Tide Hemi ist bereit, Superstar. Der Dodge ist bereit. Von der Scheune. Achso. Wenn du mich abgeholt hast. Genau. Ja. Na, geschleicht da ja nicht. Die muss ich mal bei der Scheune auch wieder abholen, glaube ich, gell? Glaub nicht. Es war ein Sprite, habe ich noch nie getrunken. Weißt du, es war ein Sprite, habe ich auch nicht getrunken. Weil, mit der Trilla in ein Lokal. Und da hat sich gleich eine, besteht zum Mittagessen dazu, eine Cola Roadpast. Entschuldigung, was war mit Sport? Haben sie mir nicht vorgestellt? Was? Was war mit Sport? Da hat sich wieder das sind so... Du schmeckt ja Weißwein am wenigsten mal gut. Wieso kein Wein? Bitte? Wieso gar kein Wein? Rotwein ab und zu. Okay. Leute, wieso hab ich jetzt Ego? Nein. Nein, jetzt hab ich... Nein, fuck you. Was hab ich jetzt gemacht? Nein, ausgeschießen hab ich. Ge-fuck, Mann, was ist heute los mit mir? Jetzt hab ich mich verdrückt und hab unabsichtlich auf einen Spontdruck. Wie viel zieht die Halle sein? Aber wir machen das nachher mal. Bitte? Machen wir das nachher, wenn er... Ich fühle sich nicht. Du meinst in den Arm aus? Was? Na, ich wollte was fragen, aber das machen wir mal, wenn du den nicht ablenkst. Okay. Ich schau, dass du erst da bleibst. Ja. 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 Du hast da gefallen! Ja. 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 Schau mal, Alter. Ja, mein Vater fliegt ja, Alter. Stimmt, wenn man die Kurve richtig abbremst, dann gehts auch ums. Der Beschleiderklarf richtig gut raus. Genau. So, bitte, was ist deine Frage? Ich will sicher, die kann ich jetzt schon haben. Die haben schon neun. Neun, boah. Jetzt hast du gewonnen. Ja. Jetzt hast du 23. Also jetzt darf das. Und da, ich mach das. Echt. Hol mich bald die KI ein, Alter. Bitte. Na, heute verkackst du selber. Heute verkack ich selber, ja. Oh. Was ist der letzte Plan? Wir hätten... Rechts daneben, hätten wir Querfeld ein. Eine Expedition hätten wir auch da oben. Dann. Ja, passt. Diese Guanchanto oder wie was. Genau. Ja, passt. Dann waren wir da auch gleich am Weg. Genau. Bei nächster Gelegenheit, wenden. Bei nächster Gelegenheit, wenden. Ziele ist geil. Ziele ist geil. Ja. Rote wird neu berechnet. Ich glaub Floß da aber gerade, oder was schon? Oder? Schaust du wirklich, ich darf das? Ja. Ja, dann bist du mir drauf drauf. Ich hab dir wirklich nur ein Herz. Ja. 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 Ja, son. Es ist doch egal, was ich wenn meine. Haha! Das ist alles okay. Okay. Es ist doch egal, wie das heißt. Du weißt schon, was ich meine. Das ist ein ganz schneller Traktor, Flo. Was? Ah, das ist geil, das Lied. Das ist ein Totkern. Flo hat gemeint, ich dachte, das LS kommt, aber ist doch ein bisschen schneller. Als gestern zugeschaut. Bei nächster Gelegenheit, wenden. Egal, wie er heißt, ist doch der Leid. Jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe. Dieses Lied. Muss ich noch hinzufügen? Weißt du, was ich meine? Äh... 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 Josh mag ich auch. Dochi, und du noch einer? Weißt du aber was, Flo? Den habe ich wieder verkauft, weil er zu teuer war. Was? Den Steier. Was hast du für Teuer? Der war teurer als der andere. Hast du den gekauft und wieder verkauft? Ja. Warum machst du sowas? Weil ich Geld gebraucht habe. Und der andere billiger. Aber dass er noch Kredit nehmen kann, oder? Außerdem, habe ich gemerkt, dass du ein bisschen scheiße ist beim Team. Na gut, der Ford ist halt wirklich übertrieben. Doch, das ist das schon. Ich bin im Berg nicht drauf gekommen mit einem Anhänger. Aber Netz heißt nicht einfach. Wer zuerst an der Basilika ist? Vamos! Ab dafür! Ja, habe ich ein bisschen nur. Nur Feld gemacht. Ich war ein Knirps, als ich mit Mami und meinen Mios fahren gelernt habe. Nichts gebaut und sonst Knirps. Kam nicht mal an die Pedale ran. Nur Sachen kaufen und wieder verkaufen. Ja. Und das hat er halt kein Geld. Aber man sagt, der gefürchtete Street Racer von ganz Mexiko kommt aus Bonaparte. Ob ich das mit Stream mache, weiß ich noch nicht. Ob ich das jetzt wirklich alles mache, aber die hauptsächlichen Sachen... Das heißt, er hat noch nie ein Rennen verloren. Vielleicht... Ich habe den jetzt mal einen versträgen gehalten, Flo. Hat dieser gefürchtete Street Racer einen Namen? Oh! Viele Namen! Ja, beim ersten Hof habe ich hier auch das Wichtigste. Oder aufgeraumt oder Schicht. Oder aufgeraumt oder Schicht. Ja! Aber dazu musst du erstmal mich schlagen. Zeig mal den Hof jetzt wirklich mehr als Streamen. 80% habe ich gesagt. Ja, da bin ich gespannt. Warte bis du die Stadt in der Nacht siehst. Na ja. Das hört jetzt irgendwie auch so. Das schaut jetzt nicht so schnell aus, aber... Wie geht da irgendwie? Natürlich werde ich auch streamen, dass geht. Aber wenn es uninteressant ist, wie nur ein Feld anfühlen oder so, dann werde ich das reinbekommen. Dann hast du doch nicht gesehen, wie ein Frosch richtig ganzgebend Superstar. Was sollst du, Mann? Das ist ja... Ja, eh. 70% Ja, eh. Los, Abbing! Sorry, Leute! Schon okay. Die Tunnel wurden als Schutz vor Überschwemmungen gebaut. Aber sie sind perfekt für L'Hefe und die Straßenszene der Stadt. Oh, und pass auf den Verkehr auf. Die Straßen sind recht belehnt. Ich glaube, ich stecke wirklich auf langsamere Gekehrtung. Aber die Rennfahrer finden, das macht den Spaß erst aus. So. Hab ich gehört. So, jetzt können wir es auch lassen. Nein, nein, das stimmt. Aber, heute ist es wirklich... Süß. Spaß macht, ich finde es auch nichts. Spaß macht schon, aber ich bin halt in den Umweg unterwegs. Aber was willst du sonst noch machen? NX, dann haben wir es früher auf. Bist du, das ist nicht los. Alter, ich kriege so gedreht, dass ich... Oh, der Kurve ganz klasse gedreht. Ich kriege eh die Mauer. Jetzt fahr über die Ziellinie. Fuck. Ja, ich glaube... Er soll ziemlich wählerisch sein. Aber wenn er denkt, du bist gut genug für die Straßenszene... Wahrscheinlich glaube ich noch, dass ich in L.S. bin. Darum war ich so. Ich weiß, dass du es bist. Hahaha, está bueno pues. Dann bist du dabei. Los, wir treffen meine Compadres. Tja, du kennst jetzt mein dunkles Geheimnis. Also kann ich dir noch was zeigen. Boah, Gegenverkehr. Wo wollen wir jetzt hin? Raus aus der Stadt. Alter, wir ihn abdrängt. Was? Ich saue, Alter. Was soll das denn fit sein? Mein Vater würde ausrasten. Und mein Onkel Carlos... So ein Rennspielen und Karschleifspiel. Fairplay, Alter. Tja, du kannst die Straßenszene nicht mehr geheim halten. Also wenn ich so in F1 angeschoben hätte, hätte er geflucht. In F1? Aber das ist ja schon... Aber das ist ganz anders. Ja, eh. Lektion Nummer 1. Auch kein Scherz. Gib den Leuten, was sie wollen. Und mich da hat Schieb, stört es mich überhaupt nicht. Was wollen die Leute? Okay. Jemand, der gerne die Auflegung der Regeln zu spielen. Wie oft schieben dich die anderen da an? Ja, eh. Und ich helme ab. Und wir haben Gesellschaft. Darf ich vorstellen? Meine Compadres. Am Anfang waren wir bloß ein paar Kinder, die in alten Mochos rumgeheizt sind. Scheiße. Seitdem sind die Fahrer, die Motoren, die Partys, alle etwas gewachsen. Oh. Nein. Was? Cloud Darkman. Verpasst. Alles wirklich nicht. Danke. Ach. Wie sehr. Eigentlich war das ja auch so. Oh. Wie sehr. Oh... Oh. Oh. Wissen. Oh. Oh, das ist ganz schlimm. Okay, dann war das los von mir. Willkommen bei der Horizon Straßenszene, ganz offiziell und startbereit. Sieh nur. Machen wir gleich noch eine Hauptmission, wenn du noch weitermachen willst. Ich habe in ganz Mexiko Straßenrennen organisiert. Kein Druck, aber viele Leute wollen sich mit dir messen. Da musst du nicht so fahren, außer du willst es nicht mehr dann. Aber ja. Na gut, dann fahr doch mal hin, IG. Muss ich mal schauen, wo überhaupt ein Schiff ist. Nichts überhaupt. Bis jetzt. Oder? In der Horizon Straßenszene wimmelt es von Fahrern, obwohl sie kaum noch zum Untergrund zählt. Aber sagt ihnen das auf keinen Fall. Es ist wichtig für ihr Ego. Zeit zum Erweitern. Was tun wir als nächstes? Endlich! Darauf haben die Fans schon lange gewartet. Wird zum Zeitplan hinzugefügt. Wird zum Zeitplan hinzugefügt. Wird zum Zeitplan hinzugefügt. Wird zum Zeitplan hinzugefügt. Es geht webpage in der nächsten Fall wieder. Bez z daysplan hinzugefügt. Facel Schiff. Oh! Heute bin ich echt los leider. Wo sind die Hauptmissionen? Na labert. Weiß eben nicht wie viele Tickets du schon hast. Ich weiß nicht wie die heißt. Oder, das sind nicht die. Zum Beispiel Blutschweiß und Benzinschaurennen. Serien-Special-Horizon-Parade, oder? Sind das die? Ich weiß nicht wie die heißt. Unten. Ja, genau. Blut. Spreißenbanzin, ja. Aber was haben wir da? Die Horizon Super 7. Nas-Community. Bei nächster Gelegenheit enden. In 100 Metern. Links abbiegen. Was? Was ist A-Ha? Da. Okay. Da. Ab und oder? Boah. Ja. Oder was meinst du? Keller. Nicht gefahren. Bei nächster Gelegenheit enden. Was soll ich denn machen sollen? Ich kann nicht gefahren. Ach so. Ach so. In 400 Metern rechts abbiegen. Was ist Mordich Diesel? Ah. Oder wenn es größer ist. Ah. Ach so. manchmal hat manwor sie. various Ideen runniveaus. Was ist weiß ich. Und Greece als jeden ziek. Ja. Ich hab an A-Fech-Tele Ciao. Ich hab an B-Eterijer. Aber ich kann Ich hab da jetzt am Weg geblieben, wie hab ich gespindert, bis man das kürfelt an. Das ist so, wenn man dann normal so passt. Das liegt, fand ich am Anfang so geil. Was war geil? Das liegt, fand ich am Anfang so geil und jetzt überhaupt nicht. Oh, ey, da. Ich hab die Pferde auf den Weg geblieben. Ich hab die Pferde auf den Weg geblieben. Oh, bin ich da. Bin ich da. TURLAND Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich heute im... Du bist noch da, okay. Nein, ich mein' das nächste. Tut mir leid. Bitte? Ich mein' das nächste Lied. Ach so. Das gefällt mir. Das nächste ist schon, ich bin schon beim übernächsten. Was cool meinst du? Hm? Tut mir leid. Krass, da tut man mit Booten fahren. Na. Okay. Wir fahren wie gegen Booter. Stimmt. Na. Na, Alter. Den hab ich immer nicht mal aussuchen können, weißt du das? Weißt du. Mit den Unterordnen kann man nie aussuchen. Ich reviewers hat aber nicht dazu zu sehen. Letzt dem analysis in der生活 ist der Ver underwear. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Juh? Eewoo! Eewoo! Da sah euer, fangt ein Gege! Hey! My first! Wonderful Skull! Oh, das war das ein kleiner Jump! Irgendwann zarrt es dann auch, wenn er in diese Wand hat. Das war in der Crew auch geil, mit diesen Bootrennen und Flugrennen. Ja, weißt du, dass ich mir das schon öfter überlegt habe, dass ich es bedauert habe, es doch nicht geholt zu haben? Ja, das ist sehr, sehr cool zum Beispiel. Mich hat der erste Teil abgeschreckt, weil der erste Teil habe ich nicht hochgefahren. Echt nicht? Da habe ich die Story ja nicht mehr gespielt damit. Ich habe ja auch nicht gespielt. Ich habe ja auch nicht mehr gespielt. Ich habe ja auch mal gesagt, ich habe ja nicht gespielt. Ich habe ja auch nicht mehr gespielt. Ich habe ja nicht alles gemacht. Dann waren wir mit den Events beschäftigt. Hast du eigentlich schon deinen GTA-Charakter übertragen? Verlängst? Ja, okay. Chris hätte ich ja nicht schreckt haben, wie geht der er ist. Ah, okay. Ich dachte, dass du nachgeschaut used to oder so. Das ist so, das schaut wirklich so aus oder nicht so wie es ist, wie ich bin. Muss ich noch machen, Charaktervertrag. Ich wollte mich ja wirklich davon selber überzeugen, Sascha. Ich habe gerade noch überholt alle. Ups. Kleinen Jets gefahren. Der zweite Platz ist nicht zu verachten. Ehrlich, diese Fahrer sind heftig. Aber wenn du eine Revanche willst, sind sie garantiert dabei. hätte ich dir ne deep zitieren können. Nichts. Ich fordere dich heraus, jedes Querfeldeinrennen in Horizon-Mexe... Klaus, du bist aber eh noch bei der Kolonne dabei. Ja. Sonne! Du bist aber da, da sind wir ganz schön weit gefahren. Exe-Code zur Fahrt. Na los! Ernsthaft? Das wird fantastisch. Bei nächster Gelegenheit Ende. Ich bin gespannt, wann das Test-Drive jetzt rauskommt. Das haben sie ja schon angekündigt, aber jetzt ist es extrem lang ruhig geworden. Und davon, was sie da machen. Ich hab nicht gehört, dass sie es eingestellt hätten. Das Test-Drive war nicht so schlecht, aber es ist halt... Das ist echt... Oh, da bin ich jetzt zurückgefahren. Der Test-Drive war auf der Bistischen cool, weil es eben noch nicht sofort so gab. Oh, da bin ich voll zurückgefahren. Aber seitdem ich Forza oder The Crew und so... Ach, da haben wir ja einen Pizeklösen. Ja, den hab ich mitgenommen. Nein, den hab ich nicht mitgenommen. Zwei Sterne? Zwei Sterne. Ich bring nie drei zusammen, Alter. Ich weiß nicht wieso. Danke, so mein Auto. Weiter sagen! Mit welchem wärst du gefahren? Mit welchem wärst du gefahren? Ehm mit dem... Ehm... Den ich mir gekauft hab, den... Mit... 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 Hörnisch. Wie alt ist wir das? Das hab ich jetzt nicht- Hab ich jetzt nicht gemerkt. abe ich jetzt nicht gemerkt. Leider. Das ist so. Alter, da geht's runter! Ich dachte wir machen das anderen da oben Da ist Jogging rumtraten Ah ok Sorry Ich bin nicht gefahren Oder? Ich hab mir nicht geschaut Ich bin nicht gefahren Ah da wo ist das? Ist das da oben? Nein, fang mal gleich weg da Oben ist am Rennen Bitte? Oben ist am Rennen Ok dann bin ich perfekt Er hat mir das nicht ausgelöst Das ist Jogging fahrt Jogging fahrt oder was ist das? Ja ich bin drüber gefahren Das stimmt, dann werden wir mal ein anderes Jetzt haben wir hier auch schon aufbind Darüber? Nein Leute, da ist der Tunnel Alter Nein, fuck Fuck auf, Alter Fuck auf So ich hoffe wenn ich jetzt Auto wechsel, dass er mich zurücksetzt Dannật Ja ja Und Deine Ich solicitere Ich bin Physical Ich douche Ich vermute Ich höre Das ist Ich herr Ich kann es 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 Ein 19-30er-Fahrzeug hat nicht gerade die beste Bezeichnung, nein, ist eh da Jetzt dann War ich anscheinend nicht mehr zu schnell dran Welche braucht man da? Das sind die ja langsamere, das sind ja 402, Alter, bist du da Was denn? Euren längeren Anlauf ist Was, 402? Ist, äh, der Radar Kann ich jetzt erst schon sagen Dass ich mehr Anlauf brauchst Okay Ich hab mir jetzt ehrlich gedacht, du nimmst wirklich den Bronco Den hat er aber gar nicht vorgeschlagen Ich bin schon Deswegen hab ich gedacht, du nimmst den Bronco Und den wollte ich jetzt extra nicht nehmen Den hab ich gewonnen unlängst Sogar den Vorbieter Sohle Sohle Euren ausgelesen Aaaaaah Ups, da ist der Motor da Der zieht er überhaupt nicht Na gut, zieht er von einem Da ist ein B-Auto Oida Oida was ist da? Oida was ist da? Oida was ist da? Oida hast du ihn gesehen? Du bist kein Verdammter Er hat's ja vorgemacht wie's gehen sollte Aber keinen Rücksicht denn Oida Ja, aber keinen Rücksicht denn Ja Das hätte ich nicht gemacht sollen Soll du das gemacht oder was? Ich wollte ein bissel Reindrängen Dann hat mich aber... Ach, da bin ich dann noch Dann hat mich noch mal Ich kenne den Ich kenne den die 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 Na, not my day, today. Oh, da geht's, okay. Die Schrausen, man. Ach, da ist mir schwecken. Ge-scheiße. Ich bin froh, ob es nicht aufhören wird. Ja, ich glaube, die Option ziehe ich da. Läuft am 18. Nein. Ich baue dir einen Schloss auf Sand. Oh, Max Giesinger mag ich auch sehr. Max Giesinger. Aber wie hast du mich jetzt wahrscheinlich überholt? Ich weiß nichts. Soll ich jetzt aber einmal... Oh, jetzt habe ich nicht geschaut. Kannst du jetzt nicht auf einmal... Okay, aber dann sehen wir noch einmal. Okay. Was, das fahren wir dann noch einmal. Alle vorm Ziel. Bist du der Wut. Das tun muss man insgesamt weg. Also ich bin noch... noch immer nicht bei Giesinger. Also es dauert noch ein Lied. Es ist über ein Lied von mir jetzt. Na, sehen. Sehen durchs das. Ach, sehen. Ich dachte, du hast den gerade. Nein, nein. Ich bin gerade bei... Giovanni. Ah, okay. Ich auch. Okay, das ist doch wieder... Das ist doch wieder... Sorry. Also habe ich vorgegriffen. Du hast meinen Sieg gestohlen, oder? Ah. Nur du, du hast mein Herz gestohlen. Nein, nur du hast mein Sieg gestohlen. Ich bin in die Zukunft ein. Ich warte nicht mehr allein. Oh, oh. Ah, das fällt Ihnen wirklich nichts mehr ein. Es sind gefühlt urviel Cover dabei. Ja, habe ich mir gesagt. So, wo war'n das jetzt wieder? Irgendwann. Da. Da ist der Dschungel. Was ist denn du? Hinter dir. So, weil daneben wäre auch gleich ein Lining gewesen. Ach so. Aber du wirst es noch mal fahren. Irgendwann müssen wir es eh noch mal fahren. Ach so, weil das gerade genau vor uns ist, meinst du? Ja, mir ist es wurscht, wenn wir fahren. Das ist aber ein... Kein normales Event. Aber es ist wurscht. Können wir mitnehmen. Das ist kein normales? Ach so. Oh! Okay, das habe ich nicht gesehen. Sorry. Ich habe nur gesehen, dass da was bringt. Ich meine, wenn du wüsst, kann man sowas fahren. Was ist das? Weiß ich nicht. Finden wir sowas. In 200 Metern rechts abbiegen. Da sind wir wirklich unten. Oh ja, da. Ja. Hey Norbert. Danke, dass du für die Saisonrennen gekommen bist. Ja. Ich werde ein paar extra Herausforderungen für dich einbauen. Ah, das ist nur Kolonne oder öffentlich. Ja, ich weiß. Das sind Events. Äh, warte mal. Ich bin jetzt da drinnen, jetzt sehe ich es nicht mehr. Wie das heißt. Ja, aber wie willst du es denn machen? Ja, aber wie willst du es denn machen? Was willst du denn machen? Na, ich bin hingefahren. Ja, du brauchst ja bestimmte Fahrzeugbeschränkungen für das, dass du es auch schaffst. Das ist ein Rennen? Ja eh, aber es ist auch ein spezielles. Man merkt, dass es noch keine Season-Gesprüche gibt. Oh Gott, dann gehe ich drauf. Trotzdem, zum Beispiel, du darfst nur mit Lamborghini fahren. Beispiel jetzt. Du kannst zwar mit jedem Auto fahren, aber die Belohnung bekommst du nur, wenn du mit Lamborghini zum Beispiel fährst. Was ist das? Da, Fahrzeugbeschränkungen, S1. S1, weiß ich jetzt nicht, ob ich habe. S1, weiß ich jetzt nicht, also wenn du noch kein 1 ansonsten. Ey, jetzt kannst du den Prozident erzählen, dass noch kein 1 ans ist. Gut, das lässt du mich dann eher auswählen, sag ich mal. Das glaube ich nicht. Ich bin jetzt bei Max Giesinger. Ich bin jetzt auch bei Maxi. 4 habe ich zur Auswahl jetzt gehabt. 4 habe ich zur Auswahl jetzt gehabt. 4 habe ich zur Auswahl jetzt gehabt. Ich habe heute, da Isabella zeigt das Transport der Kunja. Bei meinem Laufenden geben. Da ist wurscht, wenn irgendwas ist. Und sie. Ich will auch mal Fahrt mit der Maus, will was wegreißen. So, so Bäume. Auf einmal reißt sie eine ganze Fläche Schwerte. Das war fast der halbe Bündschirm. Reißt sie auf einmal Gleise und alles auf einmal weg. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich bin jetzt so rein. Jetzt wird er fast vorbei gefahren jetzt, oder? Nein. Uaah, das sind Farbeklob. Ja, habe ich auch gedacht. Oh Gott, ich hab geführt, Alter Jetzt war ich auch noch vorbei Das sind halt so richtig gemeine Dinge eigentlich Mit einem S1 da, so ein Supersportwagen quasi Dass sowas du schon aufs Gas steigen könntest Was soll ich verarschen? Quasi Ja Das ist der erste Fall gar kein Fehler, Alter Das sind ja Schanzen Da muss man nicht vorbeifahren, Alter Ja, aber ich bin voll im Abkommen Ich hab mir ein Stress von mich als der Gschleuder Also ich würde mal sagen, das Wert normal ist als KI Ja Leider schon Ja Und das Beste an Saisonveranstaltungen? Saisonbelohnungen Immer frisch Wieso muss ich eine Schatzkarte kaufen? Und das, wo wir waren feiern Waren schon Wieso muss ich eine Schatzkarte kaufen, Alter wenn ich auf Dschungelfahrt gehe? Okay Bei nächster Gelegenheit Wenden Jemand gab mir diese Notiz Gerechte bescheuert von Ein deutscher Klassiker, der beim Festival zurückgelassen wurde Was könnte das sein? Okay Ich fange wieder mit einem anderen Auto hin Wie ich jetzt noch mal den In 400 Metern links abbiegen Will ich jetzt noch mal Radar haben Links abbiegen Ich habe mich gerade bei einem To-Back-Farm In 400 Metern rechts abbiegen Hast du es nur für dich markiert, oder? Ja, aber ich konnte nicht, wenn ich dort hingegangen bin Mann, nein, nein, nein Ich habe eine Schatzkarte kaufen Das war gar nicht markiert, oder? Das sagt mir gar nichts Du, ich habe es doch nicht markiert Null, Herrmanns Das war ein Teamspiel-Laser Ah, jetzt geht's Habe ich schon markiert Ich bin gegen eine Mini-Bomb gefahren, oder? Dann bleibt er hängen, nein, nein Ich glaube, dass ich das schaffe, oder? Ich habe hier abbremst Ah, es ist ein Lambo-Fahrer Ich glaube, der ist wer, oder? Ja, ich glaube Ja, ich glaube Bist du schon markiert drinnen? Bitte? Bist du schon drinnen? Ja Okay Schau mal, was empfiehle man da Ich habe hier 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 Ah, da Ich habe hier Ich habe hier Ich habe hier Ich habe hier Acura NSX17 Machen wir mal Geile Farbe auf jeden Fall Geile Farbe Komm mal, mich nicht zu kommen Ich? Ja Nein Nein Die Straße hat an den Gefallen, das sind die, wo du wirklich Speed geben kannst Was ist das eigentlich? Ja Geht's euch hier Vergabend sich Geht's euch Geht's auf, weil der Masse hatte Jedes Mal, wenn ich sage, dass mir der Auto gefällt, machen wir viel Barm, Alter Nein, da war der Kurfür Jetzt habe ich nichts auf die Karte geschaffen Ganze Zeit passen, ich hoffe, wo ist diese fucking Kurfür, Alter Adi, Adi, Adi 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 Bestmöglich Ha? Was da noch? Ziel vorbeigerfahren Bis der letzte, sehr gut gespüßt Ja Oh, Alter Da war das doch nur viele Scheiße Bisschen schneller hätte ich sein müssen Ja Ja Im nächsten Stream haben sie mich Du, wenn du so weiter machst, hast du halt noch kein Sieg mal, oder? Ja Hola Mimigo 23 zu 12 zu 11 Hast du die Kontrolle über deine Drifts, oder? Oho Verstehe Du willst nur angeben Ui Gebarret Ne, das war's jetzt aber wirklich Das Den Wheelspin nehmen wir dann mit Na gut Ich Musiker P.A. Sports Hab ich jetzt gerade Ich bin schon beim nächsten Mal Achso Das ist geradeaus bei mir Also, ja Naja, mach's dann Nächstes Mal Samra S.M.S. Na gut Na gut Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Mach's erst gut, Leil Mach's gut, Flo Hallo Zu mir Flo jetzt noch Bin ich? Flo soll noch zu mir gekommen Dann zeig ich ihm wie Na gut Flo Wie kakelt wird am Feld Er zeigt Er zeigt dann noch was Na gut Dann bis Später Bis dann Ciao, Baba Bis später Bis später Bis später Bis später Mal süß dich Ciao